Ich bin ein Eisbär. Mit Leib und Seele. Hier fühle ich mich am besten. Auf dem ewigen Eis. Was wäre das für ein Leben ohne Eis? Der Klimawandel lässt die Arktis schmelzen. Und der Lebensraum der Eisbären schwindet. Tag für Tag. Wir Eisbären müssen zusammenhalten. Deswegen engagiere ich mich auch für die Aktion Eisbären für Eisbären. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Mit den Spenden werden viele wichtige Projekte unterstützt. Zum Beispiel die Forschungsarbeit zur Erhaltung der Eisbären im Polargebiet.